Immer diese fucking Fremdworte! Was soll denn jetzt schon wieder das sein? Homomorphismus, Endomorphismus, Isomorphismus, Automorphismus, Epimorphismus, Monomorphismus... Wat zur Hölle? Keine Panik, viele Buchstaben für fast nix. Starten wir mal mit Numero Uno, dem Homomorphismus. Das ist ein Wort, das andauernd vorkommt. Oder genauer gesagt, Vektorraum-Homomorphismus. Krasses Wort, Ungetüm. Nur von solchen wird's nämlich geredet, wenn's um Abbildungen zwischen Vektorräumen geht. Also viel Wind um nix. Ein Vektorraum-Homomorphismus ist einfach nur eine lineare Abbildung zwischen zwei Vektorräumen. Also das, von dem wir eh schon seit zwei Videos faseln. Hauptsache nix sagendes Wort dafür benutzt. Heißt, für jeden Homomorphismus gelten auch wieder die Regeln, wie für jede andere lineare Abbildung auch. Homogen muss er sein. Und Additiv auch. Haben wir, wie gesagt, schon im vorigen Video behandelt. So, jetzt kommt das Besondere. Die anderen Morphismen sind alle Unterarten vom Homomorphismus. Die haben einfach spezialere Eigenschaften. Aber wie gesagt, eins haben alle gemeinsam. Sie sind lineare Abbildungen zwischen Vektorräumen. Der Endomorphismus spart euch nen Buchstaben. Warum? Ihr bildet da ne Vektorraum ab, aber landet wieder im gleichen Vektorraum. Euer Zielvektorraum ist also der gleiche wie der Definitionsvektorraum. Die Bildmenge muss dabei aber nicht der ganze Vektorraum sein. Hier wär zum Beispiel der Bobbel oben links nicht in der Bildmenge drin. Der wird nämlich von keinem Pfeil getroffen. Da geht zwar einer von dem weg, aber die Bildmenge ist ja nur das, was getroffen wird. So ein Endo Dingens sind zum Beispiel lineare Funktionen von den reellen Zahlen auf die reellen Zahlen. Da ist die Definitionsmenge die reellen Zahlen und die Zielmenge halt auch. So, weiter geht's mit dem nächsten Morphismus Dings, dem Monomorphismus. Der Begriff wird benutzt, wenn eure Abbildung injektiv ist. Jedes Element aus der Definitionsmenge hat also nen Funktionswert ganz für sich alleine. Zu jedem Bildvektor gibt's also nur einen Vektor in der Definitionsmenge. Jedes Element rechts darf nur einmal getroffen werden. Was injektiv und der ganze Kokolores nochmal war, verlinken wir euch auch nochmal am Ende. Epimorphismus heißt dann, wenn die Abbildung surjektiv ist. Heißt jetzt, dass die Bildmenge die komplette Zielmenge ist. Dass also jedes Element in der Zielmenge auch wirklich mindestens einmal getroffen wird. Wenn ne Abbildung surjektiv und injektiv ist, nennt man das Ganze ja bijektiv. Ihr könnt's euch denken, das hat auch wieder nen eigenen Namen, nämlich Isomorphismus. Hier ist die lineare Abbildung also bijektiv. Ein Isomorphismus ist also gleichzeitig auch ein Epi- und ein Monomorphismus. Und übrigens, die beiden Kollegen vorher, also Epimorphismus und Monomorphismus, die werdet ihr vermutlich nur selten hören. Aber Isomorphismus, der ist wichtig. Ein Automorphismus ist ne Sonderart von Isomorphismen und Gott sei Dank auch schon die letzte Sonderform von den ganzen Morph-Teilen. Da ist wieder wie beim Endomorphismus die Definitionsmenge gleich der Zielmenge. Ist halt diesmal im Gegensatz zum Endomorphismus aber auch noch sicher bijektiv. Der Automorphismus ist also ein Spezialfall von Endomorphismus und Isomorphismus zusammen. Und auch das speziellste Morph-Dings was es gibt. Wenn ihr jetzt nochmal ne Wiederholung zu den Begriffen surjektiv, injektiv und bijektiv braucht, klickt in das Video hier rechts rein. In dem Sinne teilen und liken und weitersagen und so The Simple Maths over and out. Ciao Ciao